Eine Party auf dem Wasser? Für viele nur ein Traum. Doch mit der MS Günther wird genau das seit 2016 für alle interessierten Wirklichkeit. Als der Münsteraner Psychologiestudent Leon Windscheid 2015 bei Wer wird Millionär eine Million Euro gewann, versprach er, von dem Gewinn ein Partyschiff zu kaufen und es nach dem Moderator der Sendung, Günther Jauch, zu benennen. Daraufhin kauft er also in den Niederlanden ein Passagierschiff, welches Günther Jauch höchstpersönlich am 10. September 2016 in Münster im Beisein der Presse und zahlreicher Schaulustigen auf den Namen MS Günther taufte. Seitdem kann das Schiff als schwimmende Eventlocation für kulturelle oder kulinarische Veranstaltungen oder auch für private Feiern gemietet werden. Währenddessen sorgt leckeres Essen, gute Stimmung und ein fantastischer Blick auf das Wasser für das richtige Ambiente. Untertitelung des ZDF für funk, 2017